Ja! Herzlich Willkommen in der Berge! Meine Damen und Herren, kommen Sie, schauen Sie, treten Sie näher! Wir kommen und uns auf den Schmerz. Wir kommen jetzt auf die Straßen Board. Wir kommen jetzt auf der Schmerz. Oh! Das ist so großartig. Oh, es ist so großartig. Die Schmerz sind es so großartig. Komm, wir kommen hier auf der Schmerz. Komm! 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 Ich will raus! 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 Ich will raus in die Freiheit. Ich bin eingeengt im Käfig von Konsum. Solltest du ein Bichster, der erbe Bichster die Antwort fürs Leben geben? Wir haben alle Freiheit nehmen! Ich kann nicht mehr! Kann aber nicht nachgeben! Keins, dass du es! Egal, was ich mache, jeder Verfickten ergibt mir einen Sinn. Ich sollte es nur tun, denn Impossible ist ein Lachen. Aber eins ist unmöglich. So komm! Hier! Ich will raus! Ich triff vor dem Regal! Mach mal so! Kinderschokolade! Überraschungseis! Ja, schenk mal! Schuppa! Wuppa! Jetzt, und wie wär's jetzt? Weniger Kalorien! Oder... Oder einfach... Alles! Ich bin der König! Mein Königreich! Ich bin der Mauer! Ja, mach mal! Ich bin der Mauer! 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 Und... Fred Rui verleiht mir! Fred Rui verleiht mir! Fred Rui verleiht mir schließlich unsere Flügel! Um all dies zu erreichen! Beim Weg stürze ich ab! Weil ich zu fett geworden bin! Durch Diätriegel! Mit weniger Zucker! Aber tausendmal mit dem Stoff! Ich stürze ab! Keiner merkt's! Eine Spielfigur! Ich! Eine Figur! Die nur darauf wartet! Die liebt! Küsst zu werden! Von einer Liebe! Die nie auch verteilt! Die spielen da! Herzlichen Glückwunsch! Was war's? 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 Ich steh auf! Unheufendes Getötchen! Ich werde kompanziert mit Werbung sein! An Werbebildschirm, im Plakatpacke und Litversäulen sehen! Ich hab's Kopfschmerzen! Kein Wachstisch nicht stört! Kein Wachstisch nicht stört! Kein Wachstisch nicht stört! Kein Wachstisch nicht stört! Das Schlimmste? Wir tappen in die Falle! Je dümmer, desto effektiver! Tick, tack! Werbung ist Krieg! Werbung ist Krieg! Werbung ist Krieg! Werbung ist Krieg! Gewinner? Tack! Mag sie! Verdienen sich dumm und dämmen! Verlierer? Wenn man ganz genau hinschaut, mutiert der Volltrottel! Wir sind die Kinder im Bambehaven! Junge Seelen, die auch so verkürzt! Wir kämpfen nicht mehr! Wir kämpfen nicht mal für uns selbst! Herzlichen Glückwunsch! Die Werbung macht sich endlich unter Befallerkennung zu nutzen, dass es in der Welt, in der wir leben, um nichts Wichtiges geht, als unser eigenes Essen werden. Meine Lebensqualität steigert sich erst durch diesen Jutsch, besetzt sich dieses Handy durch dieses Auto. Dabei geht verloren, was die Menschen eigentlich ausmacht, weil es nämlich nicht besagte Handy oder Auto ist, sondern unsere ganz eigenen, persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse. Für mich ein bisschen, wie die Frau im wählenden weißen Kleid auf dem Strand, als auch von Luxus. Jedes Mal, wenn ich mein Raffaello weiße, wir sind alle Teil einer dieselben Produkte benutzenden Herde. Warum wir würfelnde Träume halten sich zwischen meinen Händen? Kommt der Punkt! Kommt der Punkt! Wir lieben das Glenden der kreisenden Farben! Wir lernen, dass Feiern bis in die Morgen wieder abbeschwert halten! Drinnen mit Jonny draußen mit Fabi feiern mit Basti laute Musik! Es gibt nichts zu erklären, zu verstehen oder zu begrüßen! Drinnen mit Jonny draußen mit Fabi feiern mit Basti laute Musik! Wir lieben das Schwimmen und diesen kreisenden Farben! Drinnen mit Jonny draußen mit Fabi feiern mit Basti laute Musik! Da wird es in der Kammer seviiert sein! Da wird es weiter! Da wird es weiter! Kommen Sie mit mir! Na bitte! Komm mit, komm mit! Applaus Was? Noch? 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 Scheiße! Ich bin schon wieder vor uns aufzahlen! Solarin gebrannt! Was soll ein Arsch? Cola? Kühl? Oder? Flight! Oh my God! Oh my God! Aaaaaaaaaaaaaaa! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Aber ich nehme sie nicht einmal wahr, denn mein Ziel ist dort vorne, ich kann es schon sehen, so nah, nur noch ein kleines Stück. Und dann bin ich dort, denn mein Ziel ist dort vorne, ich kann es schon erkennen, so nah, nur noch ein kleines Stück, und dann bin ich dort, 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 und dann bin ich dort. Diese Stärke und Macht, die durch viele verschiedene Arten ausgeschüttet ist überall, die ist nicht notwendig, sondern nicht. Du sagst doch, dass du ins Einzelnen verschneusten mit jeglichen Kraft aus strahlenden Produkten deinem Leben, eine zusammengehörige Masse durch Freude an der ständigen Verbesserung des Lebens, solange in eine bessere Zukunft fallen, bis fallen nicht mehr notwendig ist, sondern dann sind noch so weit, dann ist das Fallen der Pängelmecke, und der Schmuck, den du trägst. Keine Gefühle, kein Schmerz, keine Leiden mehr ertragen müssen. Leid, Tisch, Göt, Sinnlosigkeit spielt keine Rolle. Freier Wille steht an erster Stelle, du bist mittendrin. 259, alders herr 2-3, 11 Outside La-la-la-la-la-la! Blab, 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 blab. Hier steh ich nun, allein, in einer Masse von Menschen. Und fühle mich so einsam wie nie zuvor, umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern. Blind geworden, weil sie jeden Tag zu viel zu bunt gesehen haben. Taub geworden, weil es von allen Seiten auf uns eindrühmt. Es übertönt unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen inneren Stimmen. Wir sind nur noch eine Masse, geformt von äußeren Einflüssen, ohne dass wir uns dagegen wehren können. Die Welt dreht sich immer schneller und schneller und die Menschenherde rennt im Gleichschritt hinterher. Ohne sich umzudrehen, ohne zu merken, was sie hinter sich zurücklassen oder was sie verlieren. Wer nicht hinterherkommt oder aus der Reihe tanzt, wird von der Masse am Boden zertrampelt. Ich sehe sie jeden Tag, diese Sklaven der Werbung. In der Stadt, in der Schule, beim Einkaufen, auf der Straße. Und überall, wo sie sind, ihre Treiber, die sie hetzen und quälen, vom Eintritt in den Anderen. Im Minutentakt, gnadenlos. Bist du nicht fit, dann wirst du gefressen. Ungekaut, kurzverdaut und für immer vergessen. Wir haben viel, wir brauchen mehr. Jedes Produkt verspricht uns Glück. Für kurze Zeit. Für die falschen Knall. Da geht's weiter. Bede, es verteilt Sekt. Und das, wie es geht. Bede, es verteilt Sekt. Bede, es verteilt Sekt. Die Hände auch. Vielen Dank. Auf das Knie, das nachden. Wir können die Knie, die Knie, die Knie. Aha. Ich will eine Knie, ich will eine Knie, ich will eine Knie, ich will eine Knie, ich will. Wir können sie eine Knie mitmachen. Ich will eine Knie, die Knie, ich will eine Knie, ich will eine Knie. Wuhuuu! Wuhuuu! Ja! Ja! Wuhuuu! Jetzt! Wuhuuu! 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 Okay, pick it! Ja! Und jetzt der Kasse! Wuhuuu! Wuhuuu Hier lang! Wuhuuu! Wuhuuuu! Und komm! Weiter, wieder ab! Wuhuuu! Immer weiter! AAAH! Musik Ich habe nicht mehr vorne gesehen. Ich nicht los, da, da. Genau. Ja, ja. Als Werbung wird die Verbreitung von Informatoren nicht in der Öffentlichkeit oder an Augenhöhe oder an Augenhöhe oder an Augenhöhe oder an Augenhöhe. Und der Mensch bleibt Mensch, weil er versucht, weil er bin. Und der Mensch bleibt Mensch, weil er versucht, weil er denkt, weil er hofft und traut, weil er anlehnt und vertraut. Und der Mensch bleibt Mensch, weil er versucht, weil er bedenkt, weil er hofft auf den Geschmack, der die Sinne berührt. Moment, weniger ist leer, oder? Weil das ist alles und das ist geil. Jeder sucht nach dem Big Mac im Leben der letzten Spaline der Welt. Alles soll, muss kein Saatverdacht, schrecklich gut sein. Ist optimal. Oh, bitte dann rein zum Arschloch. Aber eine starke Truppe produziert Sicherheit, gemeinsam in Frieden. Aber halt, 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 ich bin doch nicht blöd. Hey, hey, wenn man was sagen hat, sagt's. Denn geht nicht, gibt's nicht. Impossible, das Ding. Aktion Mensch, wir leben los. Aha. Be yourself. Wie der Optimist sagt, aber Schmutz muss gehen. Und Glanz entstehen. Ja, Mann. Keiner macht mich mehr an. Botschaft angekommen. Millionen Menschen weltweit Nummer eins. Think different switch. Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Aber lieber mittendrin, statt nur dabei. Da weiß man, was man hat. Komm hin and find out. Moment, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Keiner macht den Drogen. Ach, Quatsch. Lieber mittendrin, statt nur dabei. Komm hin and find out. Moment, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Die Individualität des Menschen. Wir machen den Weg frei. Weil ich es mir wert bin. Verwirkliche dich durch uns, die Truppe. Sei nicht das famose Zeitgemüse aus der Dose. Weak and feeling durch uns. Fühl dich frei and bye. Wenn's ums Geld geht, Sparkasse. Da werden sie geholfen. Ich will. Ich kann. Make the most of now. Das ist was, Arschloch. Das ist was. Das ist was, Arschloch. Das ist was. Applaus 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 Alles gut, alles gut, meine Damen und Herren, vielen Dank, super, danke, danke, danke Applaus 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 Meine Damen und Herren, das war noch nicht alles, was Sie heute sehen können, hier, wir machen um 18.45 Uhr hier, und der Tobi macht jetzt, die nächste Gruppe startet hier sofort, und um 18.45 Uhr machen wir nochmal ein Mashed-Up von allen Jugendklubbern. Okay, vielen Dank fürs Kommen, super. Applaus 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 Applaus